dackel dackel das die 20 unterstützung das war ja ein superwichtiger teil der ganzen sache wainwright erwartet ist equip oder discard er hat mir noch nicht gesagt wie man Sachen ausrüstet aha er kriegt den mit aber ich weiß nicht das kann ich benutzen muss man es in der in benutzen auch ein in items in items ein elementary problem ist es nicht? oh lol dem geht es ja richtig mies prokrastination of the inevitable is futility itself ach blau ist unfriendly jetzt sieht es noch nicht so schlecht aus ja das ist natürlich kacke die können sich nur selbst heilen mist jemand muss den tank heilen die spackis ah hä oh das ist nicht so gut kann man nur die items benutzen die man ausgerüstet hat statt alle die man im inventar hat pfff Der kann nur die Backline heilen, das ist richtig scheiße, yo. Ich bin gefeiert, ich bin gefeiert. Ich bin gefeiert. Ich bin gefeiert. Okay. So, Kloppel. Die da hinten gefällt mir überhaupt nicht. Du solltest irgendwie so schnell möglich verschwinden. Weil die hatten ein Tank hier von Horror gegildet. Was so Stress bringt. Was so schlecht ist. Aber anscheinend kann man diese selbe Quantity 3. Oh scheiße. Kann die nicht? Oh nein. Ich dachte es ist dann ein Combat items rüst zuhause. Dann hat der irgendwie extra Fähigkeit. Die Schlüssel verrät gut. Kannst du die da hinten haben? Danke. Please. Ach Mist. Gut. Wunderbar. Das gefällt mir doch sehr gut. Und dann hauen wir die auf den Kopf. Wie das ist. Was jetzt? Wie jetzt? Hä? Ne. Au. Au. Halt. Stop. Oh oh. Oh oh. Okay. Wunderbar. Wir sind nicht komplett im Arsch. weg. So Gott, naja. Los. Mal sehen. Ach, da gibt es wieder nur Klopperei. Was heißt das da? kriegen die jetzt mehr hf ah ne, die kriegen das da kriegt extra schaden ja, moin scham, ist doch gut, schön also bis jetzt war es eine durchaus einfache Auswahl leicht erschwert dadurch, dass man nicht wirklich, dass ich nicht wirklich wusste was diese Symbole genau bedeuten jetzt, wo ich weiß, dass das gebrochene Herz plus eins nicht ein Bonus will wenn ich dann so, ey, dann so, dann können wir den Frost auf dem, sehr gut also, wenn ihr da hinten geht, geht mir richtig auf jeden Fall, ich werde einfach mal versuchen euch zu blenden Elite Enemies, oh, die sind, äh, die sind auch noch Humis critical oh mir ist gerade aufgefallen, dass die Eigenschaft, die ich vorher hatte das ist nur die Frage, die sich mir jetzt gerade noch stellt ähm, sind jetzt komplett weg, ah ne dem sein ist weg, das war dann nur ein Single-Use wahrscheinlich der hat 1HP mehr die Tante hat im Sekt Gabriel von dem her werde ich die nicht damit heilen, die hält sich ja selber kann sich selbst und zwar nur sich selbst schön hat bei beiden schon viel Autsch das ganze Sache jetzt ein bisschen angenehmer macht, weil die jetzt geblendet sind auf der anderen Seite ist es trotzdem noch, ähm, schwierig schön, sehr gut Möhm Lethality writ large Ich hab ihn mit. Ich hab ihn mit. Ich hab ihn mit. Ein bisschen Hilfe ist im Peckably timed. An inklinger potency still lingers in some of these well-worn relics The loathing abates I think that's the point that we're still looking for the next item It's quite interesting to me I don't think we need to watch this 39 is a bit more than a bit Ich meine, vorher konnte man, das ist einfach Abandon, auf jeden Fall, dass du... Das hat dann zwar deine Leute nicht unbedingt glücklich gemacht, aber immerhin sind sie nicht gestorben. Ich meine, hier behalte ich ja den gebläckten Schaden, das ist ja grausig. Hier ist es. Stimmt, der kann das ja trotzdem unabhängig darunter einsetzen, das ist natürlich cool. Ja, der war nicht ganz so gut, aber so ein schlecht gewesen. Ah, jetzt können wir rufen. Die Säcke da hinten. A little help impeccably timed. Du brauchst es nicht, du dumme selbstsüchtige Kuh. Du hast absinnt und mal abgesehen hattest du Duff und hattest du mehr HP als der. Das wäre gefällig still da hinten ey. Ich mag dieses Kombo-Ding nicht, aber irgendwie nicht mehr. Ich werde hier wohl eine reinhauen. Bleibt mir wohl nichts anderes übrig. Ich habe so ein Gefühl, wer aus meiner Gruppe als erstes ist. Wo wir Ersatz-Einheiten finden könnten. Da! Guck mal! Ah! Jetzt ist sie halbwegs zufrieden. Also das hat ihr jetzt gefallen. Also es bringt was, zu versuchen diese Beziehungen wieder aufzudeveln, indem man die Charaktere sich jenseitig unterstützen muss. Also in der Tatatik. Du kannst das ein wenig hinterher. Du kannst das aber nichtdreigsthemaat-Rettung. Du kannst das an, wie du kannst sie verringen. Du kannst das nicht mehr schrecklich sein. Du kannst es schon mal bis. Du kannst das nicht mehr schrecklich aufbindes Snake. Du kannst du kannst nicht mehr. Du kannst du kannst du kannst. A little help impeccably timed. Another impediment cleared with impunity. A little help impeccably timed. 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 An assistance account. A little help impeccably timed. 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 Das ist gut. Oh, 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 oh. A little help, impeccably timed. Das ist nicht so gut. Na danke, wenn die Schnauze galten. Okay, gut, wir kommen noch hin, wir kommen noch hin, aber das könnte natürlich weh tun. Autsch. Danke, nein, endlich. Bisschen Schaden gemacht. Ich kann hier echt das Inventar nicht benutzen, gell? Dreck, ich hätte den heilen müssen. Eigentlich muss ich jetzt langsam mal diese Leute hier loswerden, Leute. Das hat jetzt nichts gebracht, oder was? Was heißt Abandon Run überhaupt? Warte mal. Okay, ich muss uns mal nachsehen. Ich komme dann hoffentlich Gelehrter in der nächsten Episode nochmal wieder. Okay. 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 Okay.